Guten Tag, mein Name ist Hartmut Goldschmidt. Ich leite die GMMG Studiengruppe und ich möchte Sie über neue Aktivitäten unserer Studiengruppe informieren. Wir sind ganz aktuell mit neuen Studien geöffnet und ich möchte Sie darauf hinweisen, was die Teilnahme an diesen Studien für den Patienten bedeutet, welche Vor- und Nachteile es gibt und warum Studien wichtig sind. Die GMMG führt seit vielen Jahren Studien durch für fitte Patienten, das heißt Patienten bis zum 70. Lebensjahr werden eingeschlossen und sie dürfen keine schweren Begleiterkrankungen haben. Was eine Studie heißt GMMG HD 8. Das ist eine ganz, ganz große Studie. Wir werden über 500 Patienten einbeziehen. Das ganze Projekt wird in Deutschland in 100 Zentren stattfinden. Das ist richtig viel, weil wir all diese Zentren aktivieren müssen. Für Sie gibt es die Möglichkeit, dann teilzunehmen. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie standardisiert diagnostiziert werden mit neuesten Methoden, auch molekularbiologischer Art und Weise. Ihre Tumorzellen werden untersucht, das Immunsystem wird untersucht. Und es gibt über 18 Wochen eine optimale Therapie, die mit vier Substanzen ist und wir erwarten ein Tumorzellen ansprechen. Bei den Patienten über 95 Prozent, das ist viel. Und wir erwarten für die Patienten, dass nach 18 Wochen bei der Hälfte der Patienten die Tumorzellen nicht nachweisbar sind. Wenn ich sage erwarten, dann ist es eine Studie, die diese Erwartungshaltung bestätigt oder auch nicht. Wir sind sehr optimistisch, dass die Erwartung bestätigt wird. Was ist für den Patienten zusätzlich? Der Patient muss öfter ans Zentrum kommen. Er wird sehr, sehr gut dokumentiert bei diesen Visits an den Zentren. Es wird die Lebensqualität analysiert. Das ist auch wichtig. Wir brauchen heute Lebensqualität, weil wir die optimale Therapie mit Toxizität, eben aber auch mit Ansprechen abwägen wollen. Diese Studie ist geöffnet in dieser Woche. Also sprich, am gestrigen Tage wurden die ersten Patienten randomisiert. Wir öffnen die Zentren und hoffen, in 18 Monaten über 500 Patienten zu rekrutieren. Eine zweite Studie ist auch eröffnet. Die wurde im Dezember letzten Jahres eröffnet. Die nennt sich HD10. Ist also eine höhere Nummer als HD8. Warum HD10? Das ist ein Konzept, was einen bispezifischen Antikörper beinhaltet. Und wir glauben, dass dieser bispezifische Antikörper eine noch höhere Wirkung hat als die bisherige Kombinationstherapie. Um ganz sicher zu gehen, dass die Therapie gut vertragen wird, sind die Patienten in einem Phase-2-Design. Also das heißt keine Randomisierung, sondern alle Patienten bekommen eine sehr, sehr gute Therapie. Werden wir die Toxizität als auch die Effektivität analysieren. Die ersten zwölf Patienten sind randomisiert, sind nicht randomisiert, sind aufgenommen und werden behandelt. Wir sind dort auf einem guten Weg und hoffen, Mitte des Jahres entscheiden zu können, wie in einem Phase-3-Design, wo man eine optimale Therapie mit einer noch besseren vergleicht, dann zu öffnen. Bitte nach solchen Studien gucken. Ich sage es nochmal. Es ist kein Ausprobieren am Patienten, sondern das sind gut überlegte Handlungen, die durch die Ethikkommission gesichert sind, wo viele Zentren einen sehr, sehr guten Standard bieten. Und ich weise nochmal darauf hin, die Krankheit wird optimal bildtechnisch, molekular-biologisch aufgearbeitet und wir hoffen, so Subgruppen zu identifizieren bei den Myelom-Patienten, die besonders gut durch diese Therapie profitieren. Wenn Sie Zentren suchen, dann geht es über die GMMG. Die deutsche Studiengruppe DSMM nimmt auch an diesen Studien gleichberechtigt teil. Auch auf der Homepage der DSMM finden Sie Hinweise zu den Studien und den Zentren. Ansonsten ein weiterer Hinweis ist das Kompetenznetzwerk Maligno-Lymphome. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute wünscht Hartmut Goldschmidt.